Hallo und willkommen zum 11. Tag der Lombardtour. Wir befinden uns jetzt noch hier in unserer Airbnb Wohnung. Wir machen uns dann gleich auf den Weg, wenn wir alles eingepackt haben, nach Falkenberg. Das liegt auch noch mal 67 Kilometer, glaube ich, weiter nördlich. Und jetzt machen wir uns fertig und los geht's. Sohn Wir haben jetzt die ersten 40 Kilometer hinter uns und hatten eben gerade eine längere große Pause gemacht, in der wir alle gegessen haben und so weiter. Ich bin so voll gefuttert. Ich hatte einen Liter Trinkjokurt und dazu 300 Gramm Köttbola, diese kleinen Pikadellen in Brötchen mit Senf und so. Ich bin komplett voll. Jetzt haben wir noch ein kleines Stück vor uns, ich glaube 27 Kilometer bis wir da sind. Und dann schneide ich erst mal ein Video. Jetzt noch ein paar Szenen hier vorm Board, das kriege ich bestimmt noch hin. Ein bisschen Motivation habe ich jetzt noch, also los geht's. Die 2 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.